so kommt sofort wieder ich muss mal ganz kurz auf klö ich auch so jetzt in zehn sekunden geht es los bin da kannst du verlängern habe ich schon das geht auch noch mal wenn du die lobby offen zu machst sind alle bereit nein ich will nicht sterben okay so was gleich erst bereit jetzt haben wir den steg das ist besser als auf dem friedhof zu sterben der friedhof geht aber schneller ach du scheiße ich wollte mich verordnen ich wollte den steg dann erst mal drüber kommen hä hä wo ist sie hä ist a unten oder was oder ist a oben zack jetzt rappelt es auch beim karton hier hast du die sports direkt die herrschaftspunkte gelegt auf beide seiten so und dann in der mitte noch ein paar ja wo ist auhr oder schimmelt auch so wird er auf dem dach alter du schimmelst ja nein da habe ich was dagegen hast du den minigun aber trotzdem hatte ich da steht wieder jemand auf dem dach die blonde schlappe die hockt auf dem dach au ey du darfst ja nicht hoch wenn ich oben bin ja direkt in position gehen nein tu mir nicht weh jetzt endlich alter du hast sogar viel gefressen erdu aber genauso ich habe die ganze Zeit auf den kopf geschossen und es nichts passiert ist wie normal na aber ich war wie gesagt one shot ich habe dich auch gerade so gekriegt ich glaube hier steht schon wieder die kids an woanders der stelle jetzt kommt wieder die blondine bei mir ich habe mich gegen frauen aber da haben wir auf die kurde so zack noch mal ja stirb doch endlich mal meine güte die 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 ich bin der kleto weggelaufen da schaffst du dich mal an die mauer zu springen äh wo bist denn du nachladen ihr kennt den irgendwo hier oben rum das klingt nicht gut aua da bin ich nicht wahr die scheiß drauf bleiben auf den letzten meter jetzt hat doch mein wegpunkt Mist jetzt war ich jetzt konnte ich nicht schießen weil ich die zweite knarre ausgewählt habe wow 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 so jetzt hab ich das dinge auch wir haben kurz die treppe runter geschossen du Falken jetzt komm her wer ist dass du hier bist verdammt höher zielen ich wusste es doch ach ja er hat gesagt ja willst du so lange du hier aufs Recken gespielt hast ja der stirbt doch endlich ach ja scheiß cheater da oben steht sie der stirbt ja höh bei dir bei dir akk!!! ich hab dir aufs Recken gewollt okay ja bitte mal nicht das kann doch nicht wahr sein, was ist mit dir falsch? alles, alles, das kannst du mir glauben, alles, bei mir ist so viel falsch nein, hau ab, hau ab ich krieg den doch nie abgeschossen, den hirn, das kann ja wohl nicht wahr sein klatsch mal um ihr müsst am ende des steaks, da steht er, da bin ich wieder, ist klar du hast es recht nicht genehm oh, ich hab mal einmal umgeschobst, ist das jetzt schlimm? na, lauf doch, Junge, Alter! ah, Mann, falsche, ist auf der anderen Seite hochgelaufen, Mann, Mann, Mann wieso geht der jetzt nicht in Deckung? jetzt so ich krieg Angst Aua endlich hab ich die Mieze Katze abischt au 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 ähm, nein, falsche Richtung was machst du da oben? ich bin so scheißalber auch immer auf den Stufen ich bin so scheißalber auch immer auf den Stufen bei mir schießt der, bei mir schießt der vorbei, bei dir schlägt der zu, oder was? da war ich halt da, wie jemand oh, Mädel ich wollte die Mieze Katze haben meine Mieze Katze da war sie schon wieder die Mieze Katze ne, go wunderschaft darfst du mal da, wo du bist dann nehme ich halt dich jetzt wir hatten den Ganoienfoto über die Seite ich hab dich schon gesehen ah, Mann du hattest genau so gesehen, da war die Behörde wie du da um die Ecke kämmst alles um meine Nachschaft zu acht hex ich erboxe mich einfach nur ich bin und morgens, der war mit da war geil tschüss, da kommt n Baby da kommt n Baby die Treppe rutscher Nee, der war jetzt richtig gut, muss man schauen. Da stehst du noch. Du hast dir beim Respawn noch geholt. Oh, da stand er wirklich um die Ecke. Du hattest mich wohl schon gesehen, hä? Ja. Bis die Minigun mal anläuft, alter. Ja, das sagst du öfter, hä? Ja. Oh, hier, Granatwerfer. Alter! Ich muss erst auswählen. Ach, hinter mir. Geh mir nicht so drauf, alter. Das ist nicht wahr. Ich will Markus und krieg Kevin. Oh, Mädel! Was stimmt denn mit dir? Jawoll! Geil, Fünfter! Hörster! Markus, wo du die Kanade geworfen hast und die sich abgeknallt hat, das war gut. Was? Oh! Oh! Nee, war cool. Oh! so schnell ist man wieder dritter so schnell ist man wird erletzt das wechselt ganz schön so viel noch gut kommt nee kick off the hill we 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 Untertitelung des ZDF, 2020